Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick Besinnung für jeden Tag von Benno. 24. Oktober Ewigkeit Das Kleine ist die Verheißung des Großen und die Zeit, das Werden der Ewigkeit. Karl Rahner Danke fürs Zuhören. Gesegnetes sein mit Gottes Segen. Ehvater